Dele Zürich übernimmt ein Hotel. Die beiden Reporter Yvonne Eisenring und David Karasek übernehmen das Kommando vom Vier-Stern-Hotel Schöneck in Zermatt. Damit das nicht in einer Katastrophe endet, müssen sie zuerst alles lernen. Es sieht einfach nicht so aus. Hier ist doch irgendwie anders, oder? Wir haben es genau Spiegelverkehr gemacht. Schon die einfachsten Arbeiten sind grosse Hürden. Aha. Es passiert ja so nichts. Yvonne kann eigentlich überhaupt nicht kochen. Sie meint immer, sie könnte. Aber sie ist eine der wenigen Frauen in meinem Freundeskreis, die wirklich nicht kochen kann. Und kochen? Da habe ich immer noch das Gefühl, ich bin besser, als man meint. Kommen die beiden das Hotel in den Griff über ... Das Zimmer stimmt. Es steht ja auch 110. Wir sind schon am Richtigen. Der Schlüssel geht nicht. Das glaube ich ... Es tut uns so leid. Unterhaltet ihr dich mit David? Ui! Ui! Weg, weg! Ui! Die Handtaste! Es ist schmuck drin! In zwei Minuten bin ich wieder da mit den neuen Schlüsseln. Kein Problem. Schaffen Sie es am Ende doch noch, zusammen mit dem Tele-Züri-Team die Gäste zu überzeugen? Tele-Züri übernimmt das Hotel, die neue Serie ab dem 25. Februar immer nach der Züri-News. Und hier ist ... Das Lenkventort wird nicht kurz vor... Das Lenkventort wird nicht mehr, Vielen Dank.